Ich wollte in meinem Leben immer schon frittiertes Snickers mal essen. Da reden oft Leute von. Und ich finde, das klingt gut. Für mich klingt das wirklich gut. Frittiertes Eis. Soll es ja auch geben. Hey, das ist weird. Das hast du nicht. Immerhin ist die Bumme nicht noch auf dich drauf geflubbert. Hätte es schlimmer gekommen. Aber was das Schöne ist, wir versuchen es wenigstens. Weißt du? Das gefällt mir gut. Da ist bei euch der richtige Spirit zu spüren. Das gefällt mir wirklich gut. Toll. Der Versuch ist der erste Schritt zum Scheitern. Das ist aufbauend. Der Versuch ist der erste Schritt zum Scheitern. Hat die eigentlich eine Reichweite? Hat die eine Reichweitenbeschränkung? Keine Ahnung. Das müsste passen, ne? Oh. Shit. Oh. So nämlich. Aber jetzt ist Vanessa Masi da unten in der Bredouille. Für MPI, hol die Kiste, hol die Kiste, hol die Kiste. Kann man sprinten? Springen kann man. Ich glaube, es ist schneller. Check. 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 Check, Norris. Luftangriff. Oh, das ist ja der Jackpot. Fuck. Fuck. Dreh den Fall. Dreh den Fall. Dreh den Fall. Ja. Na kommen Sie. Scheiße. Oh. Fuck. Okay, so dürfte aber kein Kill sein. Verstanden. Trotzdem nicht so gut. Das ist alles nicht gut. Aber wir sind auch wirklich nicht, also wir sind wirklich nicht besonders kreativ, ne? Willi Wilson. Go, Jonas. Bitte kommen. Wie viele gucken denn alle zu heute? Irre. Vampi! Oh Gott, ich glaube es war. Meinst du, Vampi guckt auch zu? Grill the Vampi und? Na! Oh, knapp. Verdammt. Ach ja, wir haben da oben ja auch den Chat. Ich brauche gar nicht auf mein Handy gucken. Wir haben ja da auch den Chat. Was? Na ja. Jonas, du weißt nicht, was du mit deinen Händen tun sollst? Nein. Ich brauche gar nicht auf mein Handy gucken, wir haben ja da auch den Chat. Was macht man normalerweise mit den Händen? Das ist wirklich so, ne? Wir haben eben schon gedacht, vielleicht werden wir sie einfach die ganze Zeit. Den auch, der ist auch gut. Oder jetzt weiß ich, warum Merkel das immer macht. Sie weiß nicht, wohin mit den Händen. Ja. Du meinst mit ihrer Politik? Treff ich da? Nee. Nee. Die trifft vielleicht den Schneepi unten. Was soll ich machen? Oh Gott. Vielleicht will sie auch einfach regelmäßig auf ihre Vagina hinweisen. Weißt du? Hauptsache, wir weg vom Gesicht. Egal wie viel ich leide. Ich habe eine Scheide. Das kriege ich. Mit nichts, mein Freund. Was genau machst du? Ich will den da drüben. Der macht doch. Der hat aber ein bisschen Kurve. Ha! Oh, was? Kurve. Kurve. Ja, in der Kurve. Eins, 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 eins. Ja. Und jetzt er wieder, ey. Der Dülle. Lena, du stehst da? Scheiße. Tut mir leid, aber es ist so. So, Freunde der Sonne. Jetzt kommt der... Laulot steht da hinten und schmiert eine Butterbämme. Jetzt kommt der Dirty Dirk-Spezial. Das Bild ist weg. Wie verschmitzt der gerade geguckt hat. Oh, krass. Wer lacht denn hier so? Ich habe mich durchgelödet. Das ist der Moment, wenn die Leute in der Regie mehr Spaß haben als die Leute, die gerade das Spiel spielen. Die Regie lacht gerade, dass ich richtig hart eins ins Fäustchen. Äh, bist du? Bin ich? Du bist. Ich habe Gas. Was haben wir denn? Ist meine Funke aus? Ja, meine Funke ist aus. Ist in der Regie doch keinem aufgefallen, offensichtlich. Warum ist die aus? Die lachen da drüben. Ich habe keine Batterie mehr. Ja, löse ich. Boah. Werdet ihr mal ein bisschen was. So. Äh, ja. Ich bin hier gerade am Zug. Was soll ich machen? Ich kann nicht mehr. Äh. Soll ich mich auch irgendwo hinlöten? Du kannst dich teleportieren, wohin du möchtest. Teleportatione? Das bringt ja alles nichts sonst. Da hin? Deine. Vielleicht mach ich sie noch kurz an. Ist da oben. Oder? Was kommst du noch? So, Stefan. Guck mal auf den Baum oben. Teil in der Mitte irgendwo. Ja. Da. Ja. So. Ist der Zug jetzt weg? Auf jeden Fall im Zug, ja. Ja. So. Stefan W. Wolf. Mhm. Ich glaube, das wird wieder knapp. Das W steht für Wettbewerbsbetrug. Für was? Wettbewerbsbetrug. Einfach so. 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 Guck mal hier. Guck mal. Mhm. Schön. Mhm. Schön da. Mhm. So. Jetzt. Zack. Zack. Schön. Schön. Mhm. 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 Basuka ist ein bisschen langweilig, aber auch ein bisschen cool. Mhm. Willst du dich auch verlöten? Ich weiß nicht. Die stehen alle so geschützt. Ich würd ja gern so was cooles nochmal einsetzen. Meine Oma zum Beispiel. Deine Oma? Meine Oma. Ja, vor allem so, ich brauch irgendwas, womit ich dich direkt kaputt mach. Meine Oma hat sich bestimmt gefreut. Wir standen die Tage in der Zeitung, in ihrer Zeitung auch noch, die sie liest. Die hat sich bestimmt mutig gefreut. Ja? Ich hab noch nicht mit ihr gesprochen. Ihr wart auf dem Titelbild, ne? Ja. Heute, morgen. Ja, gut. Das hast du die OWL am Sonntag. Äh, am Mittwoch. Statt da Dirk und Marcel. Hochverschuldet. Hat am Sack. Ah, bisschen zu tief. Ich hab's dir eingetellt. Scherz. Jetzt kommst du aber nicht an Lena vorbei. Ja. Ach was. Danke. Oh, ist das Scheiße. Ich will da weg. Ich glaub, das wird ein komplizierter Zufühl, ich jetzt, Dirk. Insgesamt. Wie war das? Thanks, Captain. Obvious. Hallo? Guck mal. Da liegen wir doch eine halbe Flasche Korn irgendwie im Arsenal. Du kannst hier einfach einen kleinen reinlöten. Einfach ein bisschen abhängen. Zack. Löten ist ja mein Ding. Haben wir ja schon geklärt. Genau. Was ist das jetzt für ein Gerät? Das ist der Mörser. Der war auch egal, wie doll man den drückt, ne? Ja. Der zieht einfach los. Und der ist auch egal, wie er... Der Wind ist auch egal. Ja. Weiß man nicht. Immer noch so. Da krieg ich einen ab. Schede. Der hat schon ganz schön Wummis einfach. Ah. Sorry. Ah. Au. Entschuldigung. Aua. Da muss man einfach sagen, dafür ist letztlich ein Gamepad entspannter für dieses Spiel. Bei dem der Controller so rumgehen muss. Was mach ich denn? Oh ja, ich guck grad auf die Uhr. Aber unsere Runde ist auch, glaub ich, gleich... Müsste eigentlich gleich in Richtung Sudden Death gehen, ne? Mhm. Wir haben nämlich ja gleich noch die schöne Late Night vor uns und... Okay. Oh! Ach so! Das stimmt ja. Ja, stimmt. Wir sind ja für was anderes hier eigentlich. Vorher muss ich aber Pipi machen. Jetzt sind wir so drin. Kommen wir alle noch mal. Ich will auch noch mal. Oder habt ihr auch so Nerdstag-Gamer-Windeln? Alles klar. Wenn ihr mal einen längeren Laden macht. Ein Töpfchen haben wir. So ein kleines Töpfchen. Wir pickeln mein kleines Pikachu. Das ist das Pikachu. Weißt du? Habt ihr das mitbekommen, dass dieser eine... Dass dieser eine kanadische Politiker zurückgetreten ist, weil es ein Überwachungsvideo von ihm gab, wie er während der Arbeit in eine Kaffeetasse gepinkelt hat und das dann in einen Ausfluss in der Küche geleert hat? Nee, echt? Ja. Da gab's ein Video von? Jo, ein Überwachungsvideo. Find ich auch mal solide irgendwie. Ein guter Typ. Guckt man sich da vorher nicht um vielleicht? Weiß ich nicht. Das klingt einfach so, als hätte er sich keine Gedanken drum gemacht. Ja. War vielleicht besetzt oder so? Ja, was muss, das muss. Ich hab keine Ahnung, was die macht. Die alte Frau. Ich würde bestimmt nicht durch den Baum gehen. Ja, hör mal. Weißt du nicht? Kannst du schon mal eine alte Frau durch den Baum gehen sehen? Ich glaub jetzt aber... Ich glaub dir geht's zu gut. Oh, die kommt zurück! Oh, ne! Ah! Nein! Ich konnte irgendwie auch nicht flüchten. Nur nix. Fünf Sekunden hat die also. Guck mal, wissen wir das auch. Okay. Ich fisch die letzte Runde hier in unserer Nerd-Arena. Letzte Runde? Du bist grad in der Nerd-Arena. Wusstet ihr das? Nö. Ja. Hab ich nämlich nicht gesagt, dann anpacken. Konnte sie ja nicht wissen. Jonas, was soll ich... Was soll ich mal hier? Bazooka? Ich mach dir nicht aus. Ne, Bazooka ist nicht. Mach... Handgranate. Oder Cluster oder so. Da komm ich doch gar nicht hin. Auch mit dem Sein vielleicht. Na, das sollte klappen. Kein Problem. Ach, dahin! Ich dachte, das ist das andere. Letzte Überraschung! Ja. Das ist immer so geil. Oh Gott. Das war doch cool. Was willst du denn? Ach, dahin willst du... Ach was! Ach, verdammt! Das ist nicht schlecht. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Ah! Schede. Schede. Ja, ich hab auch ein bisschen gerade eben einfach an den Wurm verschenkt. Ja. Es sah ein bisschen aus, als hätte ich keine Lust mehr. Ne, ne, das war also nicht der Grund. Wir müssen... Wir sind zwar knapp... Also in der Zeit jetzt knapp... Oh, guck mal, da ist jetzt was drin, das wird's retten für mich. Ja! Okay, hier kann ich nicht springen, das ist auch scheiße. Okay, okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ne Mine. Und ihr habt eben den Luftangriff gekriegt, ne? Weißt du, den könnte ich hier brauchen jetzt. Mine. Gute Mine. Ist schon. Fucking fuck! Guck! Guck mal, ich hab noch eine Frau. Aber die setzt sich mir nochmal ein. Was ist denn in eurer Regie los? Keine Ahnung, Alter, die... Irgendwie gefühlt nicht so konzentriert. Marcel geht da gleich mal hin und haut ihn mal auf den Arsch. Ich gehe das. Ich gehe das. Kein schlechter Schuss? Das müsst ihr mir lassen. Verstanden! Was? Ich nutze deine Hände. Äh... Du kannst... Du kannst... Du rückst jetzt halt nur da hoch. Genau. Aua! Aua! Letztendlich haben wir unser Produzent. Aua! Lebt der noch in dem Spiel? In Norbert? Was ist denn Norbert? Norbert. Aka Norm Kolodzi. Ist Norbert das Brain hinter euch? Das geheime Brain? Ja. Ja? Hat der richtig rausgeholt noch was aus euch? So geheim ist er eigentlich gar nicht mehr. Was ist denn da oben eigentlich da? Äh, schnell. Schneller Gang. Da ist der Sprint. Schnelles Würmchen. Schneller Gang. Ähm... Und das ist was? Das darfst du nicht doll machen. Der muss... Das ist schwierig. Ja, wie gesagt. Das darfst du doll machen. Oh! Was? Nicht ganz, ey. Aber wenigstens ist er jetzt in der Position da oben. Ja! Ich glaube, darüber lachen die. Vielleicht, ja. Nee, ich glaube, die haben sich da ein kleines Spielchen aufgemacht in der Regie. Ich glaube, schön. Die verlöhnen sich da gerade auf mich gerade ein, ne? Schön nett. Glockengelöt. Und uns wurde nur Kaffee angeboten. Fuck. Und Johannsbeerbier. Dann mach doch mal Gedanken drum. Oh, oh. Wie frech? Das sehen wir noch. Oh, Mann. Das wäre doch nichts. Der Wolf. Kennt ihr doch den Wolf von damals? Hier, wie hieß denn das eigentlich? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Und der andere. Und der andere Hit. Äh, hier. Äh. Genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Was mach ich denn jetzt? Drei, vier. Nee. Komm nicht. Das Seil ist nicht so lang, ne? Keine Ahnung, wie lang dein Seil so ist. Guck mal doch, ist es. Willst du da hoch jetzt? Never ever. Das kriegst du nie geschaukelt. Verdammt. Was hat denn das Spiel für ein Physik-Engine? Oh Gott. Oh. Oh. Scheiße. Das ist nur Blöde. Warte mal, ich lese hier grad noch den... So. Peng Peng oder was? Da disst jemand euch wegen den Zuschauerzahlen oder was? Weiß es nicht. Was ist denn das? Das ist der Andi, der quietsch ist. Unser alter Technikleiler. Der weiß... Kann was. Am... Am Pult. Nee. Ist ja sauer, weil ihr gefeuert habt. Nee, der ist nicht gefeuert. Der ist in einem besseren Job. Jetzt kann er was am Tresen. Jetzt kann er was am Tresen. Nee, am Glas auch. Das konnte er immer schon. Kann kommen gut, das am Glas. Wer macht jetzt Fußball? Echt? Naja. Da steckt natürlich Geld. Nimm das scharf, Jonas. Oh ja. Ich will auch das scharf. Sehen. Dann musst du noch mal zünden, wenn es... Ja. Oh, das könnte es gewesen sein. Oh, das könnte es gewesen sein. Oh! Oh! Da kommt er noch mal zurück. Da ist er noch mal da. Es wird auch haarscharf jedes Mal. Hoffentlich ist gleich Suddenbath. Das wäre gut. Hoffentlich hat es nicht zu viel Rückstoß. Ich gehe immer noch ein Schrittchen zurück. Warte mal. Reicht doch, oder? Ich habe es dir eingetragen. Nein! Dein Ernst? Komm dir da hinterher. Wen haben wir denn heute als Kamerakind eigentlich? Der Andi ist heute Kamerakind. Nee, der Yoshi eigentlich. Der Yoshi! Ach so! Der Andi wird betreut vom Yoshi. Hallo, na? Verstanden! Jonas, wie mache ich das jetzt? Jonas! Wo müssen wir hin? Zu Dirk. Haben wir eine Luftangriff oder irgendwas? Lenkrakete? Nee, Luftangriff ist mehr. Scheiße! Haben wir noch Teleporter? Dann stehen wir vor ihm. Wie lange geht denn das Seil? Nicht so lange. Ähhhhh. Jonas, was tue ich? Ich bin der letzte Wurm! Ich bin der letzte Wurm! Ist ein geiler Filmtitel eigentlich. Der letzte Wurm. Was willst du tun? Was willst du tun? Was willst du tun? Mit der? Genau was ich wollte. Jetzt geht ich gegen den Bildschirm und drückt rein. Einmal um die Erde, um den Globus und auf der anderen Seite wieder raus oder was? Oh, jetzt ist satt und das. Ahhhh! Yay! Der ist gut für mich. Sag ich ganz ehrlich. Hä? Ach so. Ich bin Profi, ey. Scheiße doch! Ich weiß das doch auch nicht! Gehst du den kleinen Löten wieder? Ich löte! Ich bin die Lötesblume. Ich bin die Lötesblume. Die Lötesblume. Hau weiter! Oh! Warte, du bist dran, ne? Nimm die Shotgun! Ohhhh! Hau den Kanal auf! Ohhhh! Ich habe ein bisschen zu viel freigemacht vielleicht! Ohhhh! 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 Ohhhh, fuck! Ohhhh! Ohhhh! Neeed. Puhh! Scheißdreck! Ist bisschen peinlich für euch, oder? Ich glaube nicht! Ihr habt schon wieder versagt! Klack und Back! Klack und Back! Ohhhhh! Nein! Stefan hat gewonnen! Un tschüss! Ja, Stefan Woll. Kleiner Applaus für Stefan. Und damit gewinnt Scharfe und Wölfe die große Nath-Arena gegen mich. Fuck, ihr wart doch zu zweit. Wollen wir alle gleichzeitig auf fünf? Zwei, fünf.